Wir sind gerade am Set von KrassNars und wollen wissen, wer wird der Sommer-Champion 2023. Es gibt ein kleines Sommer-Quiz. Laura gegen mich. Genau, los geht's. Italien. Ich bin Spanien. Italien. Spanien? Ach, krass. 22. Ja, C. Äh, 20, 20, 20. Ich sag B. C. Ab 20 Grad. Ja, wenn die Temperatur nicht unter 20 Grad Celsius fällt in der Nacht, spricht man von der tropischen Nacht. Das ist schon tropisch. Okay, krass. Krunewitz, das hab ich letztens noch gehört. Oder bin jetzt ein bisschen stolz, dass ich mal sowas weiß. B. August bis Oktober. Du hast auch C gesagt dann. Nee. Doch. Laura als Sommer-Champion 2023. Glückwunsch. Dankeschön. Aber du hast dich auch sehr gut geschlagen.